HAKUNAMA! Doppel-Hallo-Mutschatzschuss! Wunderschönen guten Reis! Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Each! Wir sind auf der Jagd nach Emerald! Bis dahin haben wir jetzt noch einen langen Weg vor uns. Wir zocken heute auf Clubhouse zusammen mit Bossa und Delta. Hello! Wunderschönen Willkommen! Wunderschönen Willkommen! Gib mir irgendwer irgendwas EMP-mäßiges. Okay, dann muss ich irgendwas EMP-mäßiges nehmen. Ihr müsst nur irgendwas nehmen, womit ihr Jäger-Devices wegmachen könnt. Nämlich schön Granatos werfen. Äh, EMP hab ich auch ausgewählt. Ace haben wir dabei, dann hoffentlich kriegen wir das hin. Mit dem Breed schon. Wo sind sie denn? Da oben, ja? Ja, sind oben, ja. Ich soll sie der Garret schon verstärken. Oh, Asami. Haben wir nicht gebannt? Wir haben nicht gebannt. Stimmt, wir waren nicht da beim Operator-Ban. Ja. Scheiße. Ficken, Alter. Asami wird uns richtig wegnudeln, Alter. Lörres ist da ganz geil. Digga, Jogo, was machst du da, Alter? Ja, da pickst du doch Lörres, Junge. Das geht nicht. Nee, nee, nee. Granaten sind noch besser. Toll. Los, 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 los. Zugriff. Dann sieh zu, dass du die Granaten da wegkriegst auch. Äh, die, die, äh, Asami-Dinger. Wir müssen nur schauen, ob da, also wir wissen ja gar nicht, was die für Operator haben, Alter. Okay, Bandit oder Kite auf jeden Fall. Also unten drunter ist nix. Ist nix, dann ist schon mal Kite. Okay, fuck. Nein, Mozzie hat meine Drohne abgefangen. Kann Kite mal in den Schraubzimmer? Boah, hier ist ja auf! Fick mich! Ist es Bandit oder Kite? Kann jemand... Sislot? 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 Kannst du kurz... Sislot? Hier, das Fenster abaimen? Okay, dann nein. Ich denke, es ist Kite. Es stimmt gar nicht. Es ist Kite. Mann. Da haben wir auch noch Melushi. Wie sieht Garage aus? Weiß es nicht. Ich hab, ich hab Asami auf Garage, glaube ich. Oh fuck, das war eine richtig scheiß Granate. Garage balcony ist clear. Construction ist gebreached. Ich würde gerne wissen, was da noch ist hier. Ich hab keine Drohne mehr leider. Kannst du hier eine Zero reinballern hier irgendwo? Ist hier nichts? Ey! Links! Ich hab nichts gesehen. Bitte guck in meine... Alles gut, alles gut, alles gut. Einfach Bedroom. Einfach scheiß Timing. Das war richtig bescheuertes Timing. ELA und RED. ELA und RED. Ja. Nice mit Lucy. Keine Ahnung wo. Ich hab ne Cam reingeschossen. Echt? Timebar on A. Rotation, Rotation. Gut, Leute. Alter, meine Granate war scheiße und ich hatte richtiges Unlucky Timing, ey. Oh ne Witz. Er hat ja so einen ekligen Weg anscheinend drauf gehabt. Hallo, hallo. Also ich hab am Breaching geholfen. Ich hab nen Kill gemacht. Wir waren noch am Start gewesen, noch zum Platten. Ich hab die ganze Zeit Deko gefragt, ob ich mir da irgendwo helfen kann. Ich krieg keine Antwort. Er macht einfach sein Ding. Hallo. Ich sag zweimal ist es Kite. Du hast nicht mit einem einzigen Wort Deko gesagt, Alter. Cis Lord. Ja, Cis Lord hab ich die ganze Zeit gesagt. Was? Ja, die ganze Zeit Cis Lord gesagt. Hab ich nicht gehört. Und dann? Dann sag ich, es ist zweimal Kite. Zwei Sekunden später. Ich glaube es ist Kite. Deko war auf jeden Fall dabei, ey. Ja, dass irgendwer gesagt hat, es ist Kite, hab ich gehört. Aber nur weil es irgendwer sagt, heißt es nicht, dass es stimmt. Hä? Mit Iana müsst ihr eigentlich immer pushen. Hab es selber noch geschickt. Aber wollte ich dem Marvin helfen können, du warst auch von der anderen Seite. Ja, da war ein Fenster auf. Dann nehme ich jetzt Montagne. Was soll ich machen? Soll ich durch den ganzen Bombspot durchdiffundieren und dann durchs Fenster springen oder was? Ne, da war ein Fenster auf. Wollte einfach nur, dass du es mal kurz abaimst, weil ich in die Drohne gehen wollte. Oh, die haben Solis. Sichert eure Drohne. Weißt aber, dass ich vor dem Breach stand, oder? Nein, nein, du warst da noch auf dem Dach. Deswegen hab ich dich ja die ganze Zeit gefragt. Dann so, Cis, Cis Lord, Cis Lord, kannst du mir da helfen? Achso, hab ich gejohnet. Und dann seh ich nur, wie du so einfach runterspringst. Okay, ja gut. Ja, hallo! Ey, Digga! Ich hab gedronet und ich war der Einzige mit EMPs. Ich musste dem Ace helfen beim Breachen. Ich geh jetzt übrigens, ähm, Garage. Dann musst du mir mein Arsch ausüben. Scheiße, warum hab ich den Grimm mitgenommen? Ey, wieso schießt denn keiner kaputt? LOL! Also, keine Ahnung. Ich glaub, der wollte die Drohne noch haben. Garage ist hier raus. Okay, jetzt hab ich leider Grimm dabei. Ich kann zumindest schon mal die Hedge aufmachen. Ich muss leider die Leasentrap rausziehen. Wen musst du rausziehen? Leasentrap? Ja! Warte! Hallo! Hä? Zieh doch doch raus! Ich drücke F! Digga, ist immer in der Tastatur los! Hier hinter ist immer noch, äh, Asami. Hinter ist immer noch Asami. Hier ist immer noch Asami, ne? Ja. Asami und Balcony. Ich weiß nicht, ob... Sie! Okay, ich wollte gerade auf die andere Seite wechseln. Digga, bei mir in der Sicht hat sie einfach, einfach durchs Schild geschossen. Aber bei ihr in der Sicht hat sie das Schild weggeschlagen und mir in die Schulter gekossen. Oh, der war nicht schlecht. Asami still und Balcony. Asami in Garage. Ich hab keinen Bock die zu pushen, nicht nicht. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, oder? Hm, wieso? Achso, wegen nem Diffuser. Ihr könnt auch von der anderen Seite dann ficken, ne? Also... Ihr müsst ja nicht Stabling reingehen. Die hat die Shotgun übrigens, ne? Ja. Ja. Echo hat sie markiert? Also... Ja, ne. Unser Ritz ist das Ding so. Asami in Garage. 1 in A. Asami in Garage. 1 in A. Ist sie runtergesprungen? Immer noch dazwischen. Delta, ne? Oh, was? Ich war auch schon drauf. Hm. Macht ihr jetzt einen A's, oder was? Die haben meinen Schatten gesehen. Ach, ist das nervig. Wirklich. Wirklich. Na, sieh leider... Die werden sich auch nicht bewegen. Ne, Asami bleibt da. Die camped on Diffuser. Carriage zugemacht grad unten. Nein. Digga, ich wusste es. Das Asami... Ah! Ah! Ah, okay. Ah, dass die Asami euch da so festgefickt hat, ey. Ja, für Monty braucht man, glaub ich, einfach ein Team, wo man mit Monty zusammenspielt. Also ich konnte die... die hat sich kein bisschen bewegt, ey. Ja, aber warum? Also... Aber jeder, der da mit dir hinterher pusht, wird von Asami weggefickt, ey. Das ist... Kannst du knicken. Gerade mit der Pumpgun, Alter, und ihren komischen Schildern, die sie da oben noch hat für extra Deckung. Sobald irgendwer hinter dir hergeht, um die zu pushen, piekt die einfach und fick den weg. Hm... Das werden sie nach unten gehen, ne? Da werde ich... Oh, Bug ist weg? Krass, ey. Bana ist auch weg, fick mich doch, Alter. Okay, jetzt irgendwie altbewährt mal wieder, ey. Digga, Uwu. Uwu? Schade, Uwu, die nicht bekommen hat, ey. Aber genau so muss man gegen Monty spielen, ey. Scheiße auf ihn einfach. Obwohl... Boah, ich hätte Bock... Wir haben Kite. Alter, ich hätte... Ja, könnte ich ja aufreißen. Aber ich hätte richtig Bock, mit Laien einfach durch Garage zu pushen, runter. Ah, fuck, der ist irony. Okay, kann ich nicht. Dann würde ich nehmen... Theramite und versuche die Scheiße aufzumachen. Nicht drauf zu gehen dabei. Aber suchen wir mal hier, ne? Da ist der in der Kitchen. Ist da jemand in der Kitchen? Ja. Ey. Wie zur Hölle, wie? Man, mein Blut. Ich sehe nicht so ein Kitchen. Aber ich habe Angst, dahin zu gehen, muss ich sagen. Ich könnte es versuchen. Also eine Kite-Karte hängt hier auf jeden Fall. Hier Kite ist in den Toilet. Geht wieder nach unten? Okay. Ich versuche es einfach mal. Und gehe erstmal irgendwo oben drauf. Kite-Kralle war da irgendwo, ne? Weiß ich. Falls die C4 haben, dann kriegst du ja gleich mit, oder? Kriegst du es gleich mit, ja. Kann mich jemand hier supporten, damit ich die Scheiße aufreißen kann? Nicht aufmachen. Ja Marvin, hinter dir ist Kite-Kralle. Danke dir. Aber der wird jetzt, glaube ich, wahrscheinlich Active kiten, nehme ich an. Ne. Challenge ist auch noch gekitet. Achso, okay, gut. Dann würdest du ja durchkommen. Kannst du als Bug hier... Oh, der ist dann auf. Oh, fuck. Ähm. Was machen wir? Oh, was machen wir? Wow. Okay, das war nicht so smart, dass ich mich da hinstelle. Mozzie in bar. Mozzie in bar. Geht zurück in Blue. Construction war auch was. Mozzie geht zurück in Blue. Musst du Uhu gehen. Äh, Deko, willst du angreifen? Ist mir hier alles zu gefährlich gerade, muss ich sagen. Bin jetzt in Bar drin, ne? Mozzie ist richtig in Blue gelaufen. Lass ziehen. Über Bar Richtung Blue. Mein Problem ist, dass ich auch nicht breachen können, weil hier die Hedge gekitet ist. Ich kann breachen? Ne, ist gekitet. Entweder ist die Bala gleich tot oder der Mozzie. Okay, ähm. Wollen wir alle von da angreifen? Wir haben nur noch 30 Sekunden, wir müssen jetzt gehen. Okay. Wo denn? Colts? Blue anscheinend. Genau, keine Colts. Ah, Red. Red. Ja, 15 Sekunden, Leute. Ja, und hier ist alles offen, ne? Ja, das hat einfach viel zu lange gedauert, der Push. So, das ist gar keine Capcom-Trap. Er könnte jetzt an... Er könnte jetzt hier noch... Er plantet! Okay, er plantet! Wo? Der brauche ich Support. Ja. Lol. Nein, von der anderen Seite, ne? Lol! Oh! 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 Mein Herz, Alter! Fick mich, ey! Wie? Oh! Wie war das noch möglich? Oh! Digga, dass er den Plant durchbekommen hat, Alter! Good job for planting! Alter, wer war denn das? Das war der Unruhe. Alter, fick mich, ey! Alle Gangfalls hat er danach noch gewonnen. Alle! Alter, fick mich! Hat er echt gut gemacht. Ey, ich dachte schon, es ist vorbei. Ich hab schon gar nicht mehr weitergepusht, aber nur noch einen Kill gerade so auf random geholt. Dachte so, okay, bin schon wieder stehen geblieben. Lass mal Cash nehmen. Cash? Oh, fick mich, ey! Alter Schwede, ey! Fick, fick, fick mein Herz, ey! Ja, also... Aber es wird auch einfach zu spät gepusht, ne? Ja, also... Krass! Dass das noch funktioniert hat, ist... Also die Geschichtsbücher... Ja, spät pushen, weiß ich nicht. Ich meine, man muss doch erst mal alles aufbauen da, ne? Ja, aber... Die ganzen Hatches aufkriegen und so. Dadurch wusste auf jeden Fall... ...alle Hibana vom Aussies. Also hat das ja auch zumindest was gebracht. Ich würde in die Garage gehen nach unten. Ja, ist schon... Ja, da muss noch die Wand verstärkt werden draußen. Äh... Boah... Hier, Construction! Construction! Eigentlich hatte ich doch immer... Ja... Erstmal chillen! Digga, warum sind denn keine Wände reinforced? Ja... Du bist hier... Ja... Okay, das ist immerhin da. Da hast du... Da hast du... Da hast du... Okay... Ich kann nirgendwo irgendwas sehen oder hören. Oh, doch! Schlafzimmer! Nichts kommt jetzt durch Garage. They are in Bedroom. They are in Bedroom. Okay. I have... I have a mute on the wall of the door of the construction. Ist sonst irgendwer Garage? Nee, ne? Catwalk oder so? Nee. Okay, dann bleibe ich hier. Downstairs. Hab ich. Noch einer? Noch einer Garage? Garage, ja. Wie gesagt... Die sollen ruhig Garage hochlaufen. Hm. Gut. Also dann... Mach ich mal nichts. Dann gehe ich zurück. Meistens im Master Bedroom oder so wäre noch was gewesen, ne? Da drücke ich da jetzt hin. Ja, okay. Dann gehe ich Construction. Ich gehe Construction jetzt. Am ARU-Shotgun geht Red hoch. Red? Naja. Warte, ich muss das hören. Ja, auf jeden Fall was. Er verkackt den Ganzen. Heide ich schon oben. Glaube ich injured. Ja. Pass auf. Die Fuse are down, die Fuse are down. Red, 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 red. Cheers. Zeit, auf Zeit. Ist nicht mehr da. Ist nicht mehr Red. Doch, doch, doch. Oh, war noch weiter. Okay. Ja. Nichts gemacht. Hä? Aber ich habe den Kill nicht bekommen. Hä? Wer hat denn den Kill bekommen? Du hast den Kill bekommen. Ne, ich hatte schon 6 Kills. Der verletzte? Ja. Den habe ich umgebracht, habe keinen Kill bekommen. Ja. Ich habe auch nicht. Ah, okay. Oder? Hatte ich erst 5 Kills letzte Runde? Ich glaube ich hatte 6. Ich versuche mal mit Mira was zu machen, Digga. Ich lasse mich da richtig geil carryn, Digga. 0, 3, 2. Bedroom, ehrlich. Nicht nach unten. Ich bin für unten. Ich finde Bedroom eigentlich ganz geil. Und jemand könnte sogar dann ins Strip gehen. Und da auch nochmal Attacke machen. Joe Good, schön von unten. Du Dreckigeil. Darfst du vorher keine Contact-Nate verballern, ne? Ja. Mach ich auch nicht. Ich habe eine Scholli, also lass mich da ruhig ein bisschen Attacke machen. So. Was kann man denn hier gerade sinnvoll verstärken? Irgendwie nicht so wirklich irgendwas. Nummer 1. Also die Wand hätte ich gerne erstmal so gelassen. Aber nun gut. Marvin, sagst du Bescheid, wenn da irgendwas ist bei dir? Ja, wenn ich sehe, ne? Ja, auch wenn du schon hörst. Musst du lauschen. Da sollte ich was hören. Geh mich mal davor jetzt. Ey, alle Drohnen geholt, ne? Wiggle, wiggle. Sag dir, wenn ich da jemanden rappeln sehe, ne? Ich will gerade irgendwas steppen hören hier. Okay, die kann ich nicht gebrauchen. Oh, schon eingeschlafen hier, eingeschlafen. Niemanden gesehen bei dir? Ich habe Iana schon geholt, ich hau es ab. Einer drohend, ein Kitchen glaube ich. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Drei Hibana-Ladung. Nein, der ist tot. Oh fuck, die können jetzt reinlaufen einfach. Ich weiß nicht, ob hier am Fenster was ist. Die haben mich schon gepusht. Already on Main Stairs. Krass. Noch einer. Okay, die sind gut. Die sind echt gut. Krass. Oh, Delta weiter, 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 weiter. Ja, der ist auch tot. One already on spot, turn right on spot, turn right on spot. Nehmen wir uns Stairs. Fuck. Let's die. Ja, du musst gleich was machen, ne? Wer kommt? Ja, das war leider nicht gut gemacht, ey. Okay. Hm, also da wäre es gut, wenn du einfach, ne? Okay, konntest du ja nicht, aber dein Gadget hast du glaube ich zu spät rausgeholt da, ne? Aber er meinte auch, er wäre lit, also dann hätte er mit der Contact-Nate kaputt gehen müssen, eigentlich. Das dachte ich mir, deswegen habe ich sie geworfen. Ach, schade, Alter, Digga, das darf jetzt nicht die Verlängerung gehen, ey. Na, die haben schön zusammen gepusht da an der Ecke. Ja, die haben da sehr stark reingepusht. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ich hatte gar keine Chance da alleine. Auch mit zwei Smokes da noch rein, alter Schwede, ey. Ja, ich wollte eigentlich, ne, ich habe ja unten ins Chip-Club, habe ich nach draußen nichts geholt. Habe zwar Contact-Nate reingeschmissen, aber habe da oben niemanden gesehen. Habe Iana gekillt gehabt. Die kam da an der Seite rein, bei Strip-Club. Und dann wollte ich wieder zurück rotieren auf den Spot, als die angefangen haben zu breachen, aber das Fenster war offen von den Stairs. Da wollten die voll langrennen. Und dann hat mich der Termite, hat da den Breach aufgemacht und hat reingepusht, habe ich auf den Stairs geholt. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas hätte anders machen können. Also bei mir, es ist einfach so, jede Idee, die ich habe, so, alles läuft aber scheiße. Also ich würde sagen, ich würde nicht komplett kacke, aber alle taktischen Sachen, die ich gerade so vorhabe, die gehen einfach, die sind kacke. Die funktionieren aber nicht. Okay, lass aber das Ding jetzt holen. Wir holen den Lachs jetzt. Soll ich on Spot bleiben, oder? Weiß ich nicht, musst du nicht. Bleib erstmal hier on Stairs. Geh weg. Hachi blue, Hachi blue. Okay. Okay. Irgendwas blue, hat er gesagt. Irgendwas mit Hatch of the blue. Irgendwas mit Hatch of the blue. Ah, they are drowning your kite. No good. Was ist da? Ace. Hatch is off. Ace is kitchen window. Ich kann nicht mehr picken. Aber sie haben noch nicht gebreached kitchen. Ich glaube, dass sie mich gleich jagen wird. Wir haben Storage gebreached. They breached Storage. And they are in Garage. Garage? Anscheinend, ja. Oben? Keine Ahnung. Glaub nicht. Ich habe in Storage einen angefragged. Ich kann mich jetzt leider echt nicht mehr frei bewegen in Storage. Jetzt haben sie Kitchen aufgemacht, oder? Nee, Church. Church, okay. Sehr schön. Alter, wie habe ich das überlebt? Schön, das war der oben in Storage. Noch einer. Hier, hier, hier. In bar, 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 bar. Last one in bar. Ja. Good job. Oh, shit. Sehr schön. Alter, glücklicherweise hat der Kite da oben gerade in Storage gepusht. Weil eigentlich hätte ich sterben müssen bei dem Kill da auf Blue. Also hätte mich der Typ von Storage oben richtig easy holen können. I got carried. And it failed so good. Oh, 5 Kill. Na, 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 na. Immer wenn ich so coole Orte hatte, wo ich hätte Kills machen können, dann waren die anderen einfach schneller. Ey, ich bin 8 Punkte hinter dem Uwu. Was? Ich wäre fast MVP gewesen, ey. Fick mich. 38. Noch einen, 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 einen Gerät zerstört oder irgendwie sowas. Kein Alpha-Pack bei 26 Prozent. Was ne Schweinerei. Ich schon. Richtig unverdient. Geil. In Gold 5 bin ich drinnen, Muchachos. Wenn es euch gefallen hat, schamettet die Däumchen nach oben. Richtig sweet eine Runde. Ehrlich wieder auf Clubhouse gewesen. In Hannover auch gewonnen. Also heimverteilt. Er war da. Bis zum nächsten Mal eingehauen. Hashtag Carrie Merve in die Kommentare würde ich sagen. Hab ich mal verdient. Bis zum nächsten Mal eingehauen. Bye, bye. Ciao, ciao.